Erstmals seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus zeigen sich Prinz Harry und auch Herzogin Meghan wieder gemeinsam in Europa der Öffentlichkeit. Das Paar reist in dieser Woche gemeinsam für die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games an, die am Samstagabend im niederländischen Den Haag offiziell begonnen haben. Für Aufsehen sorgt dabei vor allem Meghans Outfit oder vielmehr ihre Accessoires, denn zu ihrer 15.000 Euro teuren Halskette trägt sie auch Diamant-Ohrringe, deren Wertexperten auf rund 77.000 Euro schätzen. Der paralympische Wettbewerb gilt als Herzensangelegenheit von Harry, der ihm auch nach seinem Rückzug sehr wichtig ist. Nach zweifachem Aufschub wegen der Pandemie sollen die Turniere in verschiedenen Disziplinen nun bis zum 22. April stattfinden. Die Royals werden in Den Haag für eine Netflix-Dokumentation eng von einem Kamerateam begleitet. Das Paar hat mit dem Streaming-Riesen einen millionenschweren Vertrag abgeschlossen. Vor der Ankunft in die Niederlanden haben Harry und Meghan zur Überraschung der Öffentlichkeit einen Stopp in der alten Heimat eingelegt. Erstmals seit dem Bruch mit der Royal Family treffen sie gemeinsam die Queen wieder. Auf Harrys Bestreben hin sollen beide als Friedensgeste auch einen kurzen Abstecher bei Prince Charles gemacht haben, den Harry im vergangenen Jahr in Interviews besonders scharf kritisiert hat. Der Royal Biograph Phil Dampier bezeichnet dies als ersten vorsichtigen Schritt, um diese Beziehung zu reparieren. Der Telegraph mutmaßt unter Beruf auf Insiderquellen, Details des Wiedersehens mit der Queen könnten ebenfalls in der Netflix-Doku zu sehen sein. Harrys und Meghans Nachwuchs, der kleine Archie und Baby Lilibet sollen aber nicht dabei sein.